Willkommen wieder einmal bei Österreich auf Reisen, diesmal in Berlin, auf dem Weg zum Taxi. Vielleicht nehmen wir mal ein Beiges. Nehmen wir ein Beiges, schau mal. Da gibt es ab und zu auch Beige Taxis und deshalb nehmen wir uns vielleicht ein Beiges. Vielleicht, da vorne sind wir vielleicht noch etwas vom Flughafen, Berlin-Tegel. Da gibt es ziemlich viele Piefl, gell. Da hat es ja auch. Ach so, Taxis. Und wir werden uns heute später wieder melden, aber wir müssen aufpassen, es gibt ja sehr viele Deutsche, gell. Wie im Tirol, 3-2-1-Bussicht. 4-3-1-Bussicht